Willkommen zu Tacheles aus Breckerfeld. Kennen Sie dieses Panikgefühl, wenn man so kurz vor dem Einschlafen auf einmal hochschreckt, weil man sich einbildet, man hätte vergessen, die Haustür abzuschließen? Heutzutage legen sich die wenigsten Menschen schlafen, bevor sie nicht Tür und Tor so richtig verriegelt haben. Wo früher noch jedes Haus und die meisten Kellertüren unverschlossen waren und blieben, verfallen die Menschen heute schon fast in eine Art Türschlosspanik. Das alles aus Angst und Furcht vor Menschen mit ganz bösen Absichten. Reden wir doch mal Tacheles darüber. Über Tacheles reden, das bedeutet ja so viel wie völlig unverblümt, die Meinung zu sagen. Und genau das sollten wir als Christen ja eigentlich zu jeder Zeit tun. Sorgen sind verständlich und Ängste haben wir alle irgendwann im Leben. Ganz klar, Familie, Arbeitsstelle, Finanzen, Gemeinde, Ängste und Unsicherheiten und vieles mehr bringt uns um den Schlaf und gerade auch in diesen Bereichen. Das Vertrauen in das Gute der Menschheit reicht vielleicht noch bis zu dem vertrauten Nachbarn, endet dann aber auch sehr schnell beim nächsten Gartenzaun, möchte ich mal sagen. Was versetzt sie zur Zeit in Panik? Was nimmt ihnen die Luft zum Atmen und treibt ihnen den Schweiß sogar auf die Stirn? Was auch immer es ist, Jesus spricht durch sein Wort in Philippa 4, Vers 6 mit in ihren Alltag hinein. In Philippa 4, Vers 6 heißt es, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. In dem Wort nichts aus dem Vers hier sind auch 100 Prozent alle ihrer aktuellen Sorgen inkludiert. Unser Vater im Himmel möchte, dass wir ruhig schlafen können. Und als Christen dürfen wir völlig darauf vertrauen, dass unser persönlicher Beschützer, unser persönlicher Security-Man uns nie aus den Augen verliert. Reden wir mal Tacheles. Ich frage Sie heute ganz unverblümt. Haben Sie sich heute schon mit allen Ängsten, Sorgen und Panik im Gebet an Jesus Christus gewandt? Oder versuchen Sie, Ihre Probleme und Ängste selber zu lösen? Diese Frage müssen wir uns stellen. Denn wir haben keine Zeit, um den heißen Brei herumzureden. Bis zum nächsten Mal mit Tacheles aus Breckerfeld. Und bis dahin seien Sie ein Segensleuchtturm. Maranatha, unser Herr, komm! Und bitte heute, Ihr Johannes Vogel. Und dann geht's mit dem Gebet. Vielen Dank.